Hallo Leute, hier ist Biti, euer Bitcoin Trading Informant und hier ist euer tägliches 5 Minuten Turbo Update. Wir haben heute den 11. September und wir checken gleich mal gemeinsam was mit Bitcoin hier so alles abgeht. Bevor wir das Ganze aber machen, natürlich mal wieder kurz das Intro. Los geht's! So, da sind wir schon. Wir schauen uns mal ganz kurz jetzt mal Bitcoin an hier bei CoinMarketCap. Da seht ihr schon was hier abgeht. Wir haben 0,16% Bitcoin im Plus für heute, aber knapp 9% im Minus für 7 Tage. Die ganzen Kurse hier, wenn ihr mal so kurz runter schaut, sind alle mal so ein bisschen im Grünen, außer ADA. Guckt mal auf ADA. Plus 14%. Was geht da ab? Schauen wir uns das Ganze mal genauer an. Schauen wir mal, wer ist denn der biggest Gewinner, der größte Gewinner hier in 24 Stunden? Das ist hier HBR mit 20%. Dann kommt schon Platz Nummer 2 Cardano. ADA heute mit 14,7% im Plus und Platz Nummer 3 ist Ray mit 12,5%. Schauen wir uns auch mal den biggest Loser an. Der größte Verlierer ist hier X, äh, was? X, X, E, C, Xetz, E-Cash mit 35,8% im Minus. Das ist schon richtig, richtig viel. Dann haben wir noch hier Rewain mit 34,3% und dann haben wir noch Xe Infinity mit 25% im Minus. Ja, das ist schon richtig was. So, jetzt aber mal die Zusammenfassung. Was geht ab hier bei Bitcoin? Wir haben für den Tag gesehen hier ein Sell. Wir sollten verkaufen. Die Moving Averages sagen uns verkaufen. Und die Oszillatoren, Oszillatoren sind wieder mal neutral wie die Schweiz. Wie immer. Passt immer. Vier Stunden verkaufen, stark verkaufen, neutrale Oszillatoren. Zwei Stunden verkaufen, stark verkaufen, neutral. Und die Stunde ist neutral, neutral und verkaufen. Also eher mal alles auf verkaufen gerichtet. Leute, ich habe euch gestern ein interessantes Video gezeigt. Ich hoffe, ihr habt es gesehen. Wenn nicht, schaut es unbedingt an. Ist wirklich wichtig, der P-Cycle Indicator. Der zeigt euch, wo ist der nächste Boden, wo ist das nächste Top. Schaut euch das Video an. Ich gebe den Link nochmal kurz rein, wenn wir das Video hier beenden. Wirklich ganz, ganz wichtig für die Zukunft von Bitcoin. Und jetzt aber mal hier hinein. Das ist jetzt unser Vier-Stunden-Chart von Bitcoin. Ich würde auch sagen, wir starten hier mal mit einem schönen Aufwärtskanal. Wir sind nach wie vor in einem Aufwärtskanal. Er hat sich ein bisschen verändert. Wir sind ja durch unseren anderen Aufwärtskanal, unseren ersten hier, der hier oben war, nach unten durchgebrochen. Aber den können wir jetzt mal neu zeichnen. Damit sehen wir jetzt auch mal, was los ist. Momentan sind wir nach wie vor in dem schönen Aufwärtskanal. Ich würde auch sagen, solange wir da drinnen sind, ist alles hier halbwegs okay. Aber es geht mal ein bisschen durch runter. Meiner Meinung nach wäre es jetzt interessant, hier beim nächsten Mal, sollten wir hier runterkommen, so irgendwo in diesem Bereich hier vielleicht eine nächste Long-Position zu machen. Sollten wir hier auf 44 kommen, 44.2 oder vielleicht hier auf 44.3, kommt immer darauf an, wo. Wäre das vielleicht ein netter Versuch, hier eine Long-Position aufzubauen und hier unter dieser Long-Position natürlich einen Stop-Loss zu setzen. Das werde ich auch versuchen. Momentan geht es wie gesagt runter und wir können auch eines machen im Vier-Stunden-Chart. Wir haben hier eine Trendlinie, die eigentlich von hier nach hier nach unten geht, die wir jetzt aber gerade nach oben hin durchbrechen. Das wäre mal bullish für den kurzen Moment, wenn wir jetzt da einen Ausbruch nach oben schaffen würden. So, das ist erstmal das hier. Wie schaut es aus mit dem Ribbon-Band? Das Ribbon-Band kommt von oben nach unten, das seht ihr auch hier schön. Ist jetzt ein großer Widerstand, genauso wie die EMA 200. EMA 200 liegt hier bei 46.500. Sind wir schon richtig weit runtergekommen, das ist hier der große Widerstand. Nächste große Geschichte, sollten wir da drüber kommen, haben wir natürlich ein Problem hier mit diesen Punkten. Da können wir nämlich auch eines machen. Na, geht das vielleicht mal? Geht nicht, warum nicht? Warum nicht? Geht nicht, gibt es nicht. So haben wir es schon mal. Das ist auch so ein kleiner Abwärtskanal, in dem wir jetzt gerade so drinnen sind. Und da haben wir natürlich oben auch diese wichtige Linie, wo wir mit 47.2 nach wie vor den richtig großen Widerstand haben. Haben wir hier schon angetestet. War ein guter Kampf nach unten. Vielleicht das nächste Mal wieder nach oben antesten, dann nach oben ausbrechen, wäre super. Aber ich bin ja nicht so ultra bullish momentan. Wir haben natürlich auch die Mittellinie, die wir beachten müssen, sollten wir da drüber kommen. Mittellinie liegt sie bei 50.000 hier in etwa, kommt auch immer darauf an, wo wir rüber gehen. Was sagt uns jetzt der RSI, Relative Strength Index, in 4 Stunden? Und der ist recht weit unten, bei 40 Punkten nicht überverkauft, aber recht weit unten. Wir können hier eines machen, wir können hier schnell eine Linie nach oben zeichnen. Das ist momentan so unser RSI Support. Da sollten wir nicht nach unten durchbrechen. Sollten wir nach unten durchbrechen. Achtung, Achtung, haben wir ein Problem. Solange wir drüber sind, meiner Meinung nach könnte es hier ein bisschen weiter nach oben gehen. Schauen wir jetzt das Ganze jetzt mal, nein, bevor wir das machen, Leute, schnell in den Candlestick Indicator hinein. Was sagen uns hier eigentlich die Candlesticks? Ah, diese hier. Was sagt uns das Ganze hier? Gehen wir ein bisschen weiter rein. 4 Stunden jetzt nicht ganz so wichtig, aber das gefällt mir gar nicht mal so gut. Wir hatten hier einen Bullischen Harami, ihr seht es schon, sind mit dem Bullischen Harami schön nach oben. Wir haben jetzt diesen Doji, ein Doji ist immer ein Zeichen dafür für eine Trendumkehr, also von unten nach oben Trendumkehr. Normalerweise geht es jetzt wieder nach unten von diesem Mittelkanal, den wir momentan nicht überbieten können. Ihr seht es auch schon, das ist unser großes Problem, das wir haben. Mittelkanal von 4.6, kommen wir nicht drüber, könnten wir nach unten rejected werden, müssen wir echt aufpassen. Momentan sind wir noch immer über diesen kleinen Widerstand, den wir da hatten, der ja jetzt momentan ein Support ist. Aber da ist jetzt der große Kampf, kommen wir da drüber oder nicht, das ist die große Frage. Ganz schnell jetzt mal ganz raus in den Tageschart. Was haben wir denn dafür? Pattern interessiert mich auch, schnell mal die Drawings hier weg. Oh, da bauen wir gerade einen Bullish Harami. Das wäre nice. Ihr seht es hier, wir hatten den Bearish Engulfing, dann ging es richtig runter. Jetzt bauen wir gerade einen Bullish Harami, das wäre nice für eine schöne Aufwärtsbewegung. Aber wir haben das Wochenende, es ist heute Samstag, morgen Sonntag, meistens Sonntags geht es nicht so gut, Montags ist meistens die Action dann hier. Also ich hoffe, es geht ein bisschen nach oben. Ich bin aber, wie gesagt, nicht so ultra Bullish. Hoffe aber schon auf eine kleine Gegenbewegung hier für den Aufwärtstrend hier nach oben. Und eines ist auch noch, Leute, wir hatten bis jetzt noch keinen bestätigten, geschlossenen Bitcoin-Kurs unter diesen Ribbon Band. Ihr seht es auch schon, immer wieder mal das Bike nach unten, aber keine bestätigte Kerze. Das ist auch Bullish. Erst dann, Leute, wenn wir eine bestätigte Kerze unter dem Ribbon Band haben, dann sieht es gar nicht mal so gut aus. Dann könnte es rasch noch weiter runter gehen. Ganz schnell noch, bevor wir jetzt das Video beenden, rein in den Stundenchart. Schauen wir uns das Ganze hier auch mal schnell an. Stundenchart, da sind wir auch schon. Wir sind beim Stundenchart momentan am Kämpfen mit dem Ribbon Band. Wir kämpfen schon lange Zeit mit dem Ribbon Band, haben es nie geschafft, hier im Stundenchart eine bestätigte Kerze oberhalb des Ribbon Bands zu schließen. Also, Leute, im Stundenchart eine Kerze schließen oberhalb des Ribbon Bands. Ihr seht das Ganze auch auf meinem Livestream. Da könnt ihr das Ganze auch ganz gut verfolgen. Und ich habe euch auch gesagt, wir haben hier einen RSI, den wir so einzeichnen können. Hier, das ist unser großer Widerstand. Ihr seht ja auch, Leute, wo ist das Problem? Warum kommen wir hier nicht hoch? Ja, schon klar, wir sind im Ribbon Band, aber schaut euch den RSI an. Wir kämpfen mit der roten Linie. Solange wir unter dem Widerstand sind, schaffen wir es auch nicht hoch. Wir brauchen hier einen Ausbruch nach oben. Ja, sollten wir nach unten ausbrechen, haben aber auch einen Support hier anzubieten. Das ist die Linie. Aber die ist so weit unten, das würde mir gar nicht gut gefallen. Da würde es ziemlich rasch nach unten gehen. Also, Leute, Achtung. Schaffen wir es jetzt darüber, über das Ribbon Band, dann wäre das ein schöner Ausbruch nach oben. Dann könnten wir die EMA 200 auch antesten bei 47,5. Das wäre schon wieder toll. Aber ihr wisst, Leute, wir haben dieses große Problem hier bei diesem Punkt hier. Das ist ja unser 47,2. Da haut momentan ja hier alles immer wieder unseren Bitcoin runter. Da müssen wir echt aufpassen. Da müssen wir erstmal drüber kommen, Leute. So, genug für heute. Sieben Minuten dauert es. Fünf Minuten habe ich euch versprochen. Aber es war wieder ein bisschen was für euch. Und ich glaube, ihr könnt damit wieder gute Trades machen. Leute, ich hoffe, ihr macht Millionen mit den Trades. Ich wünsche euch nur das Allerbeste. Vielen Dank für eure Unterstützung. Für jeden Daumen nach oben. Für jeden Kommentar. Für jedes Mal die Abo-Glocke, Leuten. Für das Teilen der Videos auf allen sozialen Medien. Vielen lieben Dank dafür, Leute. Und ich wünsche euch das Allerbeste. Macht es gut. Schwingt den Hut. Und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder zum 5-Minuten-Turbo-Update. Euer Peti. Euer Bitcoin-Training-Informat. Bye, Leute. Und ich wünsche euch das Allerbeste.